Wir sind Kjara und Luca Monteton. Wir übernehmen den Dachdeckerbetrieb unserer Eltern hier in Bochum und haben gleichzeitig noch eine eigene Firma gegründet für Photovoltaik und Coolendisch. Wir haben angefangen mit Tablets auf der Baustelle. Das geht alles direkt ins Büro und wir wissen quasi im Büro Bescheid, was da draußen los ist. Also auf die Idee sind wir gekommen, weil wir vorher Papierkram hatten eine Menge. Wir wussten, es wird ein bisschen risikoreist, die Jungs aufs Tablet umzuschulen, aber weil wir echt einen relativ jungen Mitarbeiterstamm haben, hat das wunderbar funktioniert. Ich glaube besonders ist, dass meine Schwester draußen auf dem Dach ist und ich quasi nur im Büro. Es ist also nicht die klassischen Rollen, dass wir versuchen Social Media zu nutzen, auch um einfach Menschen, die nicht so viel mit dem Handwerk zu tun haben, einen Einblick zu geben. Wir sehen uns weiter hier im Standort und ansonsten haben wir eigentlich gesagt, dass wir zentrale Anlaufstelle sein wollen. Das heißt, wenn in zehn Jahren ein Junge oder Mädchen morgens die Augen aufschlägt und sagt, ich werde jetzt Handwerker oder ich werde jetzt Dachdecker, dass der erste Anruf bei uns reingeht. Ich hoffe, in zehn Jahren gibt es eine ganze Menge mehr Photovoltaik und Gründächer in Bochum von uns gemacht.